Okay, Mimikma, was machst du, wenn du ein Pikachu siehst? Nein, Mimikma, wir benutzen kein Messer, um Pikachu zu erstechen. Okay, versuchen wir es nochmal. Mimikma, was machst du, wenn du ein Pikachu siehst, bei dem es nicht darum geht, es zu erstechen oder in Scheiben zu schneiden? Mimikma, keine Waffen! Das funktioniert nicht. Okay, Mimikma, gib mir zuerst alle Waffen und Gegenstände, die du gerade bei dir trägst, um einen Pikachu zu töten. Oh, um Archeos willen, woher hast du überhaupt einen Flammenwerfer? Nein!